Ich bin Mr. 2000. Wenn Sie Ihre Kinder wieder haben wollen, dann bringen Sie mir 2000 Euro mit im Park im Mülleimer. Wenn nicht, dann kriegen Sie Ihr Kind zerfetscht wieder. Habt keine Angst, ich hole euch hier raus. Mein Schatz, bist du das? Ich will meine Mutter sprechen. Du hast mir nichts zu sagen. Wow, lassen die mich in Ruhe. Ich habe deine Kinder ein-fit. Wenn du sie vollständig wieder haben willst, dann kriege ich 2000 Euro. Wenn du die Polizei anschaltest, wird dein Kind sterben. Oh nein, okay, ich gebe sie 2000 Euro. Gut, dann bis morgen. Dazu Control. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 TRAN scratchiert.